Yo Leute was geht ab und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch zeigen wie man eine Schatzkarte bei Atlas finden kann. Für das müsst ihr einfach ein bisschen am Strand entlang laufen und da seht ihr so Flaschen angeschwemmt. Also überall am Strand sind so Flaschen angeschwemmt. Man muss ein bisschen suchen, weil nicht jede Flasche hat etwas drin. Das ist ja überall so, auch im Fernsehen ist da meistens Sand drin und hinten dran eine Karte. Aber hier ist es so, nicht jede Flasche hat eine Karte drin, man muss wirklich ein bisschen suchen. Wenn man jetzt eine Karte gefunden hat, könnt ihr die unten in die Leiste rein machen und dann müsst ihr zu diesem Kreuz gehen. Was ihr jetzt da machen müsst ist, ihr müsst schauen ob so ein roter Strahl da ist oder ein pinkiger Strahl oder was auch immer. Ihr müsst einfach schauen ob ein Strahl da ist. Bei mir war es jetzt nicht der Fall, dass ein Strahl da war. Das heisst jetzt für euch, ihr müsst die Insel wechseln. Es gibt ja vier Starterinseln. Norden, Süden, Westen und Osten. Ich war jetzt da im Süden und gehe jetzt nach Norden. Aber das heisst noch lange nicht, dass sie im Norden ist. Sie kann auch im Westen oder im Osten sein. Ich probiere jetzt einfach mal Norden aus. Und wie ich jetzt da gerade sehe im Himmel oben, ist da so ein pinkiger Strahl. Und das heisst schon, wir sind der Schatzkarte näher gekommen. Das heisst, wir haben die richtige Insel erwischt. Wir müssen uns jetzt perfekt ausrüsten. Das heisst, nehmt zwei, drei Kollegen mit. Ich habe da ein gecheatetes Schwein mit. Aber ihr müsst wirklich zwei, drei Kollegen und gute Ausrüstung dabei haben. Eine Rüstung und Schwerter und alles. Weil jetzt kommen so Skelettmänner. Wie ihr da seht aus dem Boden. Und die Skelettmänner müsst ihr jetzt alle töten. Sonst könnt ihr da nicht graben. Und wenn ihr nicht graben könnt, bekommt ihr auch keinen Schatz. Aufgepasst von diesem grossen da mit dem Schläger. Der macht einen Schlag bei euch und ihr seid einfach One-Hit. Egal wie viel Leben ihr habt. Was ihr jetzt machen müsst, ist absteigen. Oder ihr müsst ja nicht absteigen. Oder ich weiss nicht wie ihr es macht. Dann müsst ihr zu diesem Kreis gehen und da graben. Wenn ihr jetzt graben, dann seht ihr wie da so eine Schatzkiste nach oben kommt. Und was ihr jetzt machen müsst ist, gar nichts. Ihr habt das jetzt schon im Inventar. Ich habe da 4-Eck gespampt und E gespampt und alles. Dafür habe ich gesehen, dass ich es schon lange im Inventar habe. Jetzt könnt ihr da schauen, was ihr alles bekommen habt. Ihr bekommt meistens so Goldmünzen und Blueprints Sachen. Mit den Goldmünzen könnt ihr euch ja Farbe und alles kaufen. Und mit den Blueprints sind ja so Bausätze und so. Und ja Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ein Abo würde mich freuen. Und man hört sich im neuen Video wieder. Bye bye.